Heute bauen wir eine richtig coole Sub-Navigation. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um JavaScript, CSS und HTML. Und zwar werden wir eine richtig coole Sub-Navigation bauen. Die ganze ist, oder das ganze Projekt ist relativ schlicht. Was heißt, ihr könnt später euren eigenen Style draufhauen. Und es ist sehr flexibel. Was heißt, ihr könnt quasi alles darstellen, was ihr wollt. Das Ganze ist ziemlich cool. Unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer Discord. Da könnt ihr der Community joinen, falls ihr Fragen zu diesem Video habt. Oder Vorschläge oder Verbesserungen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, das ist das Ergebnis, was wir heute bauen werden. Ihr habt hier oben die Möglichkeit, ein Logo zu hinterlegen. In der Mitte habt ihr ein Menü. Und hier an der Seite gibt es ein Button. Das Ganze ist hier in dem Tutorial sehr schlicht gehalten. Was heißt, ich wollte absichtlich so eine Art Template erschaffen, was ihr später mit euren Farben, euren Gestaltungsmöglichkeiten frei anpassen könnt. Sondern es geht mehr um die grundlegende Funktionalität. Was heißt, ihr könnt das natürlich später alles ändern. Wie immer findet ihr die Live-Demo hierzu unten in der Videobeschreibung auf CodePen. Und ansonsten, was ist die Funktionalität? Und zwar habt ihr hier oben ein Menü. Wenn ich jetzt mit der Maus über das Menü gehe, seht ihr, es fährt so ein Sub, also eine Sub-Navigation runter, wo ihr hier beispielsweise einfach Links hinterlegen könnt. Oder hier, wie ich es gemacht habe, einfach Bilder hinterlegen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass ihr unter diesen beiden Menüpunkten hier oben ganz komplexe Sub-Menüs hinterlegen könnt. Mit Grafiken, mit Icons, theoretisch auch mit Videos. Was heißt, ihr könnt alles hinterlegen, was ihr wollt, ohne dass ihr im Prinzip darauf achten müsst, dass diese Navigationsstruktur hier funktioniert. Was heißt, ich gehe hier drauf, es blendet ein, ich wechsle hier zwischen den beiden Tabs und ich verlasse den Tab oder beziehungsweise die Sub-Navigation. Dann geht das Ganze wieder zu. Das Ganze ist ziemlich einfach und nicht sonderlich schwer. Deswegen werden wir damit direkt loslegen. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt, wie schon zu Beginn des Videos gesagt, unten in der Videobeschreibung, Discord, join the Community und stellt dort eure Fragen. So und los geht es mit dem eigentlichen YouTube-Tutorial. Wie immer, das hier ist meine Standard-Entwicklungsumgebung. Diese findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dazu gibt es auch ein komplexes Video, was das alles erklärt. Grundsätzlich brauchen wir heute drei verschiedene Dateien, nämlich einmal die Index-HTML, die Main-SAS und die Main-JS-Datei. Als erstes beginnen wir mit der Main-HTML-Datei. Und hier werden wir unser Grund-HTML-Konstrukt hier aufbauen. Das heißt, wir bauen das hier einfach im Body auf. Und hier sage ich jetzt als erstes, wir brauchen ein Header-Objekt. Hier habe ich auch gleichzeitig ein H1-Objekt, wo wir einfach mal die Überschrift außen reinlegen. Hier könntet ihr natürlich auch einfach ein Logo nutzen oder sonst irgendwas in der Richtung, was euch einfällt. Als nächstes brauchen wir eine Navigation. Diese Navigation bekommt eine ID, und zwar Navigation. Zack, und unsere Navigation besteht aus einer Unordered-List und ganz vielen Listenpunkten. Diese Listenpunkte bekommen von uns eine Klasse, nämlich Main-Menü-Item. Zusätzlich bekommen sie auch ein Data-Objekt, was heißt Data-ID gleich, und dann sagen wir Main-1. Das Ganze hier, was wir jetzt hier gemacht haben, brauchen wir zweimal. Ihr könnt das natürlich auch unendlich duplizieren. Wichtig ist, dass ihr hier jeweils eine andere ID vergibt, in unserem Fall Main-ID 2. Hier drin können wir jetzt irgendwas schreiben. Ich schreibe jetzt hier Text rein, und ich schreibe hier unten einfach Bilder rein. Das heißt, ihr könnt hier natürlich eure Menüpunkte hinterlegen. Und als nächstes mache ich einfach noch als Beispiel hier in der Seite einen Div-Container mit Login. Hier gibt es einen Button. Dieser Button beschreibt Login, oder Login steht da drin. Was heißt, wenn ihr hier beispielsweise noch mehr im Header habt, könnt ihr das so einfach anwenden. Wenn wir das Ganze so abspeichern und hier einmal in unsere reingehen, sehen wir hier, ich habe hier schon ein bisschen jetzt in der Mitte stehen, was heißt, unsere HTML-Objekte werden korrekt erzeugt. Und was wir jetzt brauchen, ist im Prinzip unsere Sub-Navigation. Was heißt, wir haben einen weiteren Div-Container. Dieser Div-Container hat eine ID, und zwar Sub-Navigation und eine Klasse. Diese Klasse heißt Sub-Navigation. Zack, so, jetzt haben wir das im Prinzip hinzugefügt. Und was wir jetzt haben, ist, alles in diesem Container wird später in unserer Sub-Navigation dargestellt. Was wir allerdings wollen, ist hier ganz verschiedene Menüpunkte für jeden unserer Headline-Menüpunkte quasi. Und zwar haben wir hier einen Div-Container mit einer Klasse, und den nennen wir Sub-Navigation-Item. Und hier sagen wir ebenfalls, haben wir eine ID, und zwar ohne dieses ID-Icon, sondern einfach nur ID. Und sagen hier Main-1. Und diese ID hier bezieht sich auf unser Data-Objekt hier oben. Was heißt, diese unteren Objekte, also unsere Sub-Navigation-Items, sollten jeweils die ID haben, die wir hier oben über Data-ID vergeben. Das Ganze können wir jetzt einmal kopieren und fügen das hier unten einmal ein und ändern hier lediglich die ID auf 2, sodass wir für jeden unserer Menüpunkte hier unten ebenfalls ein passendes Objekt haben. Hier drin können wir das natürlich kreativ werden. In meinem Fall sage ich jetzt, ich möchte im Ersten einfach eine Unordered List mit Listen-Elementen haben. Das kopiere ich mir jetzt einfach mal aus meiner Vorlage hier rein. Was heißt, zack, wir haben jetzt einfach Sub-Navigation 1 bis 4, das sind einfach Listen. Ihr könnt das natürlich auch mit Links ausfüllen oder so etwas. Und wir haben hier zwei Bilder. Was heißt, ich füge hier ebenfalls noch auf die Ebene der UL zwei Bilder ein, und zwar zwei Div-Container mit der Klasse IMG und einen Div-Container mit der Klasse Item. Und dieses bekommt ein Background-Image, und zwar einfach von, bei mir aber aus CodePen, einfach ein Hintergrundbild und hier unten ebenfalls einfach ein Hintergrundbild. Das Ganze machen wir jetzt im Prinzip zweimal, was heißt, wir haben jetzt ja unser erstes Menü im Prinzip gestaltet, und ich mache jetzt hier unten einfach ein zweites Menü rein. Und das ist im Prinzip exakt dasselbe Objekt, was heißt, wir haben hier, wie auch hier oben, einfach eine Klasse mit Image, was heißt ein Div-Container, und hier drin haben wir wieder ein Bild. Und das Ganze haben wir hier unten zweimal dupliziert, sodass wir später im Prinzip drei Bilder haben in unserem Main-2-Objekt und zwei Bilder und ein bisschen Text in Main-1. Aber das Schöne an dieser Navigation ist, beziehungsweise an dem Template, das wir heute bauen werden, ihr könnt hier theoretisch alles rein kopieren. Das heißt, alles, was hier drin steht, und alles, was hier drin steht, könnt ihr komplett customisen. Das heißt, das können Videos sein, das können Icons sein, das können Menüpunkte sein, das können ganze Texte oder Bilder oder was auch euch auch immer einfällt, könnt ihr da einfügen und einfach als Hub-Navigation nutzen. Das hat mit der späteren Funktionalität nichts zu tun. Das Ganze speichern wir jetzt mal, gucken wir an, was wir gemacht haben. Das heißt, das sieht einfach so aus, relativ langweilig, da sieht man nicht sonderlich viel. Das liegt daran, dass wir halt einfach wirklich nur nichts weiteres gestylt haben. Und das kommt jetzt. Das heißt, wir haben hier unsere Main-Sass, das hier ist mein Standard-Boiler-Plate. Ich habe hier ein bisschen die Hintergrundfarbe entfernt, die normalerweise hier drin steht. Ansonsten ist das aber unser Standard-Boiler-Plate und alles, was relevant ist, schreiben wir hier drunter. Als erstes wollen wir unseren Header ein bisschen stylen und unser Header kriegt jetzt einfach als erstes mal Position Relative nicht, sondern Fixed, damit unser Header quasi, wenn wir scrollen, mit scrollt quasi. Außerdem sagen wir Top 0, Left 0, Right 0 und wir sagen Z-Index 2. Das ist ganz wichtig, weil unser Header später über unserer Sub-Navigation liegen sollte, die hier ebenfalls per Fix mitgescrollt wird. Und so haben wir jetzt unseren Header im Prinzip oben an der Seite positioniert, wie ihr seht. Das ist hier hochgerutscht und das werden wir jetzt im Prinzip noch ein bisschen verfeinern, beziehungsweise es ist nicht ganz im Screen sehe ich gerade. Was heißt, ich mache das mal ein bisschen größer, so in der Richtung, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr sehen. Prinzipiell, was müssen wir jetzt als nächstes machen? Wir haben jetzt ja unsere Geschichten hier oben hinzu addiert. Wir müssen jetzt unseren Header noch ein bisschen besser gestalten, was heißt, wir sagen Weite 100%. Wir sagen, der bekommt ebenfalls eine Höhe. In unserem Fall sage ich einfach 8 Rem, was heißt 80 Pixel. Der war ja hier oben von Zeiss 10 Pixel auf unseren Body gegeben haben. Als nächsten Schritt mache ich eine Hintergrundfarbe, was heißt Background Color und sage hier White. Ihr seht, wird das auch schon direkt erkannt. Das haben wir hier in unserer Variablen, Sass, haben wir White, Gray und Black definiert. Das kann natürlich auch direkt in der Datei kommen. Das ist halt eine Funktion von Sass. Als nächstes sagen wir Display, sagen hier Flex, weil wir Flex Positioning nutzen wollen, sagen Flex Direction und sagen hier Row. Das heißt, wir wollen ja, dass alles unserem Header wie in einer Reihe, in einer Row dargestellt wird und können jetzt sagen mit Justify Content, Space Between, dass das alles gleichmäßig verteilt wird. Und außerdem wollen wir, dass Allie Items Center ist, was heißt alle unsere Items in unserem Header, was heißt unser Logo, unsere Navigation und alles soll im Prinzip in der Mitte positioniert werden. Als nächstes sagen wir auch noch Padding und zwar sagen wir nach oben nichts, nach unten drei Rem, nach links nichts und nach rechts drei Rem. So, außerdem sagen wir Extend.Shadow und das ist im Prinzip auch eine Funktion von Sass. Ich möchte nämlich jetzt in Zukunft mal ein bisschen mehr die Funktionalitäten von Sass auch in diesen Tutorials nutzen. Ich habe sonst mit Absicht relativ wenig Sass-Funktionalität genutzt, damit man das mit CSS relativ leicht nachmachen kann. Extend erweitert im Prinzip einfach eine Klasse oder ein Objekt um ein bestehendes Attribut. In unserem Fall sagen wir Box Shadow und dann sagen wir 0, 1 Pixel, 0, 3 Pixel und sagen hier Lighten, was heißt wir wollen eine Farbe, nämlich in unserem Fall Black, um 80% aufhellen. Und wenn wir das Ganze jetzt speichern und nochmal in unsere Datei gehen, dann sehen wir jetzt hier oben unseren Header. Der sieht schon mal gar nicht schlecht aus, ein bisschen sehr groß, machen wir mal ein bisschen kleiner. Aber ich bin hier jetzt halt auch sehr ran gescrollt. Grundsätzlich haben wir jetzt hier unser Logo, wir haben hier in der Mitte unsere Liste und hier in der Seite haben wir unseren Button. Das nächste, was wir machen ist, wir stylen als erstes mal unseren Button, was heißt der sollte einfach mal ganz nett aussehen, genauso wie unsere H1. Was heißt, wir gehen hier in unseren Header, machen ein Leerzeichen, sagen hier H1, was heißt wir wollen unsere Überschrift stylen, sagen Font Size 2.5rem. Außerdem sagen wir Color Black und Width 20rem. Und das nächste, was wir machen ist, wir stylen unser Button, was heißt wir haben hier einen Div-Container mit der Klasse Login. In Login oder sagen wir im Prinzip als erstes mal Flex. Hier drin sagen wir dann nämlich ebenfalls Flex Direction Row. Wir sagen hier auch ebenfalls, was wir auch schon gerade eben definiert haben, nämlich Justify Content. Aber hier sagen wir jetzt nicht Space Between, sondern Flex End. Was heißt, wir wollen, dass alles ans Ende des Containers rutscht. Und auch hier sagen wir Alley Items Center. Wir wollen also alles weiterhin zentriert. Und was ganz wichtig ist, wir sagen hier WIS 20rem. Das Ganze speichern wir jetzt mal ab. Und wenn wir hier reingehen, sehen wir, wir haben jetzt hier unseren Login-Button gestaltet, der jetzt auch ganz rüber rutscht. Und was wir jetzt machen, wir definieren unseren Button hier unten noch ein bisschen. Und zwar sagen wir hier einfach in Login sollen alle Button-Attribute die Farbe weiß bekommen. Außerdem sollen sie Background Color, Ups, Background Color, sollen sie Black bekommen. Und wir sagen Border None, Border Minus Radius 2rem, beziehungsweise 1rem. Und sagen hier Padding 1rem. So, dass man das Ganze später auch gut nutzen kann, beziehungsweise das einfach ein bisschen schöner aussieht. Und wir sagen Minus 10rem. Und auch hier sagen wir Extend. Und zwar um Shadow. Das heißt, wir wollen, dass da auch ein Text-Shadow hinterliegt. Und jetzt haben wir hier unseren Button gestaltet, unsere Überschrift gestaltet. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist im Prinzip unser Menü. Und das werden wir jetzt anpassen. Und zwar haben wir ja hier unser Login. Wir haben hier unsere 1. Und damit wir in der Reihenfolge bleiben, machen wir hier in der Mitte unsere Navigation. Unsere Navigation bekommt eigentlich einfach nur 100% Höhe, weil wir später wollen, dass unsere Listenpunkte die gesamte Höhe abdecken. Außerdem sage ich hier UL. Was heißt, unser UL-Objekt soll abgehandelt werden. Und zwar einmal mit Margin 0 und ebenfalls mit Padding 0. Was heißt, wir wollen keine alle Abstände. Wir sagen hier drin ebenfalls Display Flex. Und hier unten sagen wir jetzt Flex Direction ebenfalls 0. Was heißt, wir wollen, dass es auch in der Zeile ist. Wir sagen auch hier Justify Content Space Between. Wir sagen auch hier Align Items Center. Und wir sagen auch hier Höhe 100%. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Es verändert sich aber nichts Wirkliches, bis auf das jetzt unsere Sachen hier, unsere beiden Li-Objekte nebeneinander gerutscht sind. Und die müssen wir jetzt ebenfalls noch stylen. Was heißt, wir sagen jetzt hier drin alle unsere Li-Objekte. Diese bekommen jetzt ein Padding. Nämlich 2rem, 3rem, 2rem und 3rem. Was heißt, nach oben und unten jeweils 2. Nach links und rechts jeweils 3 Abstand. Außerdem sagen wir List Style None. Was heißt, wir wollen keine Punkte davor haben. Und was wir jetzt noch machen, ist, wir sagen Font Size 1.6rem. Und wir sagen Höhe 100%. Und Transition 250 Millisekunden auf All. Das heißt, wir wollen eine Animation da drin haben. Und wir können jetzt auch noch hingehen und sagen und Doppelpunkt Hover. Und hier drin sagen wir Cursor Pointer. Ups, das wollte ich nicht. Zack, wir haben jetzt hier Cursor Pointer. Und wir sagen Transform. Transform, Translate. Sagen 0 nach links und rechts. Aber minus 0.5rem nach oben. Und was wir auch noch machen ist, beziehungsweise das können wir so abspeichern. Und haben jetzt hier unsere beiden Objekte gestaltet. Das Einzige, was uns noch fehlt, wir haben hier in der Mitte, sind die nicht wirklich zentriert mit dem Header. Und das müssen wir ebenfalls so machen. Das heißt, wir kopieren uns einmal das hier und fügen das einfach nur hier unten ein. Das heißt, wir sagen auch mit Flex, dass das Ganze zentriert werden soll. Und jetzt seht ihr, wir haben hier unsere beiden Menüobjekte perfekt zentriert. Das Einzige, was noch fehlt, unsere Subnavigation sieht noch ein bisschen bescheiden aus, sage ich mal. Und das müssen wir jetzt anpassen. Das heißt, als nächstes gestalten wir unsere Subnavigation. Wie besteht oder wie ist die aufgebaut? Wir haben hier eine Klasse namens Subnavigation. Die nehmen wir jetzt. Und ich gehe einfach mal hier runter. Shop. Und sage jetzt hier auf der untersten Ebene Subnavigation. Und hier brauchen wir jetzt auch einige Attribute. Und zwar kopiere ich mir jetzt einfach erstmal alles, was wir hier unter Header haben. Weil vieles davon können wir wiederverwenden. Und zwar haben wir ebenfalls Position fixed. Wir haben ebenfalls Top, allerdings sagen wir am Anfang minus 100%. Was heißt, sie soll nach oben hin komplett aus dem Bild gezogen werden. Z-Index ist 1, weil sie unter unserem Header liegen soll. Und wir haben Background, Color, einen Hintergrund. Und zwar sagen wir hier Darken und sagen hier drin Gray, 3%. Und wir sagen hier ebenfalls, das kann alles drin bleiben, beziehungsweise das können wir eigentlich alles rauslöschen. Und zwar haben wir hier jetzt eine Höhe. Und zwar sagen wir hier 25 Rem und löschen diese Höhe hier oben raus. Und was wir jetzt ebenfalls noch brauchen, ist unsere Animation. Was heißt, hier oben haben wir schon einmal Animation definiert, nämlich Transition 250 Millisekunden. Das Ganze kopieren wir uns jetzt hier rein. Und damit ist im Prinzip unsere Subnavigation schon gestaltet, beziehungsweise ihr seht sie nicht mehr. Das liegt daran, weil wir wie gesagt die aus dem Bild rausgezogen haben und können jetzt hingehen und das Ganze wieder sichtbar machen. Und zwar wird das später funktionieren, indem wir sagen, wenn unsere Subnavigation-Klasse die Klasse Show erhält, dann sagen wir, wir wollen das Ganze sichtbar machen, beziehungsweise einblenden. Und zwar machen wir das, indem wir sagen, okay, das Ganze bekommt Top 8 Rem und nicht mehr minus 100. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal Show kopiere und ihr seht, jetzt ist es nicht sichtbar. Jetzt gebe ich hier einfach mal unsere Klasse Subnavigation Handhalt Show, gehe hier nochmal rein und wir sehen, unsere Subnavigation ist gestaltet. Sie liegt quasi unter unserem Header. Sie hat so ein bisschen Grauton im Hintergrund und wie gesagt, das Ganze wird später mit JavaScript hinzugefügt. Und das müssen wir jetzt nicht gestalten. Das heißt, wir haben jetzt den Step auch schon soweit fertig. Was jetzt noch fehlt, sind unsere Elemente innerhalb unserer Subnavigation. Diese füge ich jetzt einfach fieserweise mal per Copy und Paste ein, weil das von euch später gemacht werden sollte in eurem Fall. Was heißt, ich gehe oder ich habe ja vor, das Ganze so zu gestalten, dass ihr das selbst anpassen könnt. Was heißt, ich habe hier einfach nur gesagt, Subnavigation Item, Display None. Das ist das einzig Wichtige. Und wenn die Subnav, also das Subnavigation Item Display Flex bekommt, dann wird es sichtbar. Was heißt, ihr müsst in Klammern von allem, was jetzt hier rein Copy-Pasted ist, also das alles, was hier drin ist, ist quasi komplett irrelevant. Das Einzige, was wichtig ist, ist Display None und Display Flex auf der Klasse Show. Alles andere ist komplett von euch customizable. Was heißt, ihr müsst dem Einfachen, wie gesagt, dieser Klasse hier sagen, sei standardmäßig Display None. Und in dem Moment, wenn diese Klasse hier die Klasse Show erhält, dann werdet Display Flex. Und das ist das Einzige, was hier relevant ist, deswegen alles, was hier drin steht, könnt ihr komplett customisen. Das ist komplett irrelevant für dieses Tutorial und ihr könnt euch da absolut austoben. Aber was passiert jetzt im Prinzip? Und zwar gar nichts. Das heißt, man sieht hier noch nichts, weil wir unsere Show-Klassen noch nicht wirklich vergeben. Und das kommt jetzt mit die JavaScript. Und zwar gehen wir dazu in unsere Mangers. Und hier sagen wir als erstes, okay, wir haben eine Variable, diese heißt sub-nav-status und erhält standardmäßig false. Dieser Status wird uns später einfach nur mitteilen, ob unsere Hauptnavigation eingeblendet ist oder nicht, sodass wir nicht, wenn wir zwischen den Punkten wechseln oder so etwas, das oder wir in unsere Navigation reingehen, dass wir dann das Ganze ausblenden. Das wollen wir nämlich nicht. Das nächste, was wir machen, ist, wir müssen einige HTML-Elemente definieren. Und zwar sagen wir dafür als erstes eine Variable, nämlich menü-elements. Und diese bestehen aus document. Und dann querySelectorAll. Und zwar hier gehen wir jetzt einfach rein und sagen Punkt mainMenüItem. Und zwar sind das unsere beiden HauptmenüItems, die wir hier oben ja definiert haben, was heißt Text und Bilder. Das Ganze definieren wir hier jetzt als erste Variable und wir brauchen aber noch deutlich mehr. Und zwar einmal querySelector brauchen wir einfach nur, um unsere Navigation zu definieren. Was heißt Navigation? Dann brauchen wir unsere sub-navigation. Und wir brauchen auch noch unsere sub-navigation-Items. Und die müssen wir ja, wie gesagt, alle definieren. In unserem Fall ist, unsere Navigation hat eine ID, nämlich die ID Navigation. Und unsere sub-navigation hat die ID sub-navigation. Und zwar, wenn wir in unsere HTML-Datei gehen, seht ihr hier, unsere Navigation hat Navigation. Unsere sub-navigation hat die ID sub-navigation. Und hier unten haben wir noch die Klasse sub-navigation-item. Und das wird im Prinzip das letzte hier unten. Und ganz wichtig ist, dass diese beiden sind einzigartige Objekte, weil wir die mit einer ID identifizieren. Was heißt, da reicht querySelector. Und hier und hier oben muss querySelectorAll, weil wir diese Elemente, beziehungsweise das hier unten, über eine Klasse definieren. Und dadurch, dass beides hier Arrays sind. Prinzipiell müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir eine ganze Menge Event-Listen noch vergeben. Aber grundsätzlich machen wir jetzt erstes mal ein paar Funktionen. Und zwar als erstes eine Funktion, die uns im Prinzip unsere Navigation einblendet, in dem Moment, wenn wir über unsere Menüpunkte havern. Und zwar sagen wir eine neue Funktion, die heißt show sub-navigation. Diese bekommt von uns einmal den Status und das Element und soll dann im Prinzip einfach nur zwei ganz banale Sachen machen, nämlich mit einer Abfrage kontrollieren, ist der Status positiv oder false. Und sofern er true ist, soll element.className gesetzt werden, und zwar add und hier einfach die Klasse show. Was heißt, wir wollen unserem Element, das wir in diese Funktion übergeben, wenn Status true ist, wollen wir da die Klasse show vergeben. Und wenn Status false ist, wollen wir im Prinzip die Klasse show removen, was heißt nicht add, sondern remove. Damit haben wir unsere Funktion fertig, um unsere sub-navigation im Ganzen einzublenden. Jetzt fehlen natürlich noch die Funktionen, um beispielsweise zwischen unseren Untermenüpunkten zu wechseln. Und zwar brauchen wir dafür eine weitere Funktion. Diese heißt show sub-navigation. Und hier brauchen wir im Prinzip nur eine ID. Und was soll diese Funktion machen? Diese Funktion soll uns, um sub-navigation-item natürlich, so, wir wollen ja auch alles korrekt halten. Und zwar definieren wir hier als erstes unser Element. Und unser Element ist document.get per QuerySelector. Zack, Klammer auf. Zack, und sagen hier, okay, wir wollen eine ID. Und zwar die ID, die wir an diese Funktion übergeben, soll unser Objekt definieren. Was heißt, unser Element wird in dem Moment definiert, wenn wir hier draufdrücken. Und das nächste, was wir hier unten machen, ist Element Punkt. Und dann sagen wir Classlist add. Und hier ebenfalls einfach, oder Classname können wir beides machen. Einfach kopieren, einfügen, zack, und sagen, wir wollen show hinzufügen. Was heißt, wir wollen hier unserem Untermenüpunkt quasi mit der ID main1 beispielsweise show hinzufügen, damit es später sichtbar wird. Wenn wir das Ganze jetzt so machen, können wir jetzt Sachen einblenden. Aber wir müssen ja beispielsweise, wenn wir irgendwie per Hoverout aus unserem Menü wieder rausgehen, das Ganze wieder, ja, ja, verstecken quasi. Und dafür brauchen wir eine weitere Funktion, beziehungsweise ResetMenüItems. Und wenn wir das Ganze haben, sagen wir Elements. Und hier drin gehen wir jetzt einfach durch unsere Elements durch. Was heißt, wir erwarten hier später ein Array von Objekten. Sagen hier for each. Und hier drin für jedes Element sollen wir, oder gehen wir eine Funktion durch. Und zwar sagen wir Element, Class, List, Remove und hier show. Was heißt, wir wollen für jedes Element, durch das wir durchgehen, dafür sorgen, dass wir das rauslöschen, also im Prinzip show rauslöschen. Und diese Funktion hier müssen wir später relativ häufig aufrufen. Was heißt, wir müssen das relativ häufig machen. Aber das ist so die Kernfunktionalität, die wir brauchen. Natürlich haben wir jetzt zwar unsere Funktionalität hingestellt, aber wir haben noch keinerlei Interaktion. Was heißt, wenn ich jetzt in unsere Datei reingehe und ich hier rübergehe, passiert nichts, weil wir haben noch keine Events. Wir haben keinerlei Eventlisten oder irgendwas in der Richtung. Und das müssen wir jetzt als erstes mal hinzufügen. Was heißt, wir haben hier unsere Navigation. Und zwar, sobald ich in unsere Navigation reingehe, sage ich prinzipiell Add Event Listener. Hier drin sage ich jetzt Mouse Over. Was heißt, wenn ich mit der Maus in unsere Navigation reingehe, dann soll ich etwas machen. Und zwar in unserem Fall soll einfach Subnavigation Status auf True gesetzt werden. Und zusätzlich sagen wir Show Subnavigation. Und zwar hier einfach unser Objekt. Und zwar Subnavigation, Komma. Und außerdem sagen wir hier, wollen wir noch unseren Status hinzufügen. Und zwar so rum. Und in dem Moment, wenn ich das gemacht habe, sollte sich jetzt unser Menü einblenden. Das heißt, wenn ich jetzt hier rübergehe, sehen wir, es passiert zwar noch nichts, aber das liegt daran, dass wenn ich in Konsole bin, dass wir hier irgendwo einen Fehler haben. Und zwar in 18. Müssen wir mal gucken. Das haben wir in 18 hier drin. Class Name. Class List natürlich. Speichern wir das Ganze mal ab. Ja, jetzt funktioniert es auch. Und wie ihr seht, wenn ich jetzt die Seite neu lade, ist es nicht zu sehen. Ich gehe jetzt auf unsere Navigation und ihr seht, es blendet wunderbar ein. Und zwar haben wir jetzt im Prinzip das eingeblendet, aber wir brauchen natürlich noch in Klammern das Äquivalent dazu. Und zwar, dass man das Ganze auch wieder ausblenden kann. Dazu kopieren wir uns das jetzt hier einfach. Machen das hier unten einmal rein und sagen Maus Leave. Und zwar sagen wir Maus Leave, entweder, wenn wir unsere Navigation hinzufügen und sagen dann hier, okay, das Ganze soll auf Holz gesetzt werden. Und gleichzeitig müssen wir hier unten das weiterhin so übergeben. Das heißt, wir speichern das Ganze jetzt so ab. Und wenn ich jetzt hier reingehe und hier raufgehe, sehen wir, okay, es blendet ein. Aber wenn ich aus unserer Navigation rausgehe, blendet es wieder raus. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier runtergehe und eigentlich in unserer Sub-Navigation etwas machen möchte, dann blendet es auch wieder aus. Und das ist natürlich nicht sonderlich clever. Und das müssen wir jetzt auch noch hinzufügen. Was heißt, wir brauchen eine weitere Maus Enter Funktion. Und zwar nicht auf unserer Navigation, sondern innerhalb unserer Sub-Navigation. Was heißt, wenn wir auf unsere Sub-Navigation entern, dann sollen wir ebenfalls das ganze Ding hinzufügen. Und natürlich, wenn wir unsere Sub-Navigation wieder verlassen, dann müssen wir das Ganze auch wieder verlassen. Was heißt, auch unsere Maus Leave Funktion müssen wir einmal duplizieren. Allerdings mit einem anderen Event-Listener-Objekt und zwar auf unsere Sub-Navigation. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und ihr seht jetzt, wenn ich hier mit der Maus rübergehe, blendet unsere Sub-Navigation ein. Wenn ich nach unten gehe, bleibt sie weiterhin da, solange ich mit der Maus in unserer Sub-Navigation bin. Wenn ich diese aber verlasse, blendet sie wieder aus. Und das Ganze funktioniert schon wunderbar. Damit haben wir schon mal unsere Kernfunktionalität unserer Sub-Navigation gebaut. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist, dass wir zwischen unseren Menüpunkten hin und her wechseln können. Und zwar brauchen wir dazu, oder haben wir hier oben ja schon unsere Menü Elements definiert. Und machen jetzt uns, das ist im Prinzip leicht, damit wir nicht für jede unserer Menüpunkte eine eigene Event-Händler-Funktion brauchen. Sagen wir Menü Elements und sagen hier ForEach. Sagen hier Element. Und fügen hier noch eine Klammer ein zu und ein Semikolon. Zack. Und sagen jetzt hier drin als erstes, jedes Mal, wenn wir diese Funktion aufrufen, sagen wir als erstes mal, falsch, Element.addEventListener. Und sagen hier drin jetzt als erstes Maus Enter. Was heißt immer, wenn wir mit der Maus reingehen, soll etwas passieren. Und zwar in unserem Fall wollen wir mehrere Sachen machen. Nämlich als erstes, wenn wir einen neuen Menüpunkt aufrufen, sollen als erstes mal alle Menüpunkte einfach verschwinden. Und dazu sagen wir jetzt hier, brauchen wir ein Array aus Elements. Und zwar übergeben wir hier einfach unsere Menü Elements. Und zwar soll der überall Show erstmal ausblenden. Das nächste, was wir machen ist, wir haben hier unten ShowSubNavigation. Und genau das machen wir jetzt. Was heißt, wir rufen diese Funktion hier oben auf und sagen, okay, was müssen wir hier übergeben? Wir haben hier unser Element, durch das wir gerade durchnarieren und sagen hier Dataset.id. Was hat er jetzt autocomplete gemacht? Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass hier Dataset steht. Dataset. Und mit Dataset können wir im Prinzip hier oben auf unser Data-Objekt zugreifen. Und hier haben wir id, was heißt Dataset.id, übergibt praktisch unserer Funktion main-1 oder main-2, je nachdem, was ihr hier drin habt. Jetzt speichere ich das Ganze mal ab. Und wenn ich jetzt hier rübergehe, seht ihr, wir haben hier unsere drei Grafiken, die wir hinterlegt haben. Was heißt, hier haben wir jetzt beides. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Was funktioniert hier nicht? Was heißt, wir fügen das hier hinzu. Wir müssen natürlich hier unsere Sub-Navigation-Items nehmen und nicht unsere Menü-Items. Das ist natürlich nicht sonderlich clever von mir gewesen. Und jetzt haben wir, dass wir wunderbar wechseln können. Was heißt, wie gesagt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, eure Sub-Navigation hier zu gestalten, wie ihr wollt. Und das meine ich halt mit, sie kann komplett frei gestaltet sein. Ihr könnt hier auch einfach irgendetwas reinschreiben, theoretisch, das Ganze abspeichern und es würde trotzdem funktionieren. Ihr seht jetzt hier, ich habe hier oben einfach meinen Text und ich habe hier die Bilder. Was heißt, ihr könnt das, wie gesagt, komplett anpassen. Das Einzige, was ihr beispielsweise wirklich braucht, ich verdeutliche das nochmal, indem ich das hier unten alles rauslösche, ist wirklich einfach nur die Klasse Show und hier oben Display None. Das heißt, diese Unterpunkte brauchen nur diese vier Attribute. Wenn ich das Ganze abspeiche und jetzt auf Text gehe, funktioniert das hier trotzdem. Wenn ich auf Bilder gehe, seht ihr halt nichts, weil die Bilder keine Größe mehr haben. Aber wie gesagt, das hier ist das Entscheidende, um diese Untermenüpunkte darzustellen. Und es ist auch egal, ob ihr hier zwei oder drei oder vier oder zehn Menüpunkte habt. Die Technik sollte eigentlich weiterhin funktionieren. Falls ihr Verbesserungsvorschläge oder sowas habt, schreibt die doch in die Videokommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Mach machen und bis nächste Woche. So, das war's wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt oder einfach mal Hallo sagen wollt, findet ihr hier unten in der Videobeschreibung jede Menge Affiliate-Links oder Links zu Social-Netzwerken. Also, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.